Ganz ehrlich. Wir fahren jetzt eine Linkskurve, dann kommt eine Rechtskurve und vorne kommt die Hauptstraße und eine Ampel, bis er kommt, werde ich mich nicht überwinden, eine Linkskurve, genau, da ist die Rechtskurve und wir müssen nach links abbiegen. Ham, Hilbeck, Söhne, Iovintas, Insignia, mit dem Heintzen. Da steht ein Auflächer, ok. Da ist ein Auflächer abgestellt. Hannover Oberhaus. Gut und günstig ist natürlich der Rolli. Müderich, Turflon, Wackenpferd, Turflon, Möbel, Turflon. Ich habe gedacht, das ist ein Kraftname. Nein, das ist der Firmenname. Die Firma Turflon, Städteflon hier. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, 6,2 Kilometer. Boah. Hier müssen wir, glaube ich, nach Osnabrücken überkommen. Über die Pancos. Da war doch hier irgendwas. Ende des Seitenstreifens. Schlöss, Niklas. Ach, Möbel. Das ist ein Möbelmarkt. Genau. Das ist ein Möbelmarkt. Das ist ein Möbelmarkt. Kartoffeln, Felsblumen, Erzbeeren, Kartoffeln, Grünkohl. What the fuck, im Winter oder was, jetzt geht es aber los ey, Erzbeeren zum Selberpflücken Alter, das laufe selig, Quell und Rast, Scheiße, wie ich es dir vorher gesehen hätte, hängen auch die Eiszappen vom Schild runter, genau wie beim Spielen hier rechts. Wie schnell darf ich hier eigentlich, die Rasen da vorne, das ist, unglaublich, groß fest, ja jetzt wird schon mal Weihnachten, Hillbeck, Saunverkauf. Okay. 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 Ich hab dich das aufgehoben hervorragend, schön. Soll ich mal ein, wenn ich es sehe, können wir hier rechts gehen. Okay. 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 Soll ich einfach hier drauf? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Atomkraft, nein danke und BVB-Zellen. Wir haben ein bisschen unterdaktiert worden. Apollino hat eine Reifenpanne. Das ist kein Mini mehr. Das zeigt ihr. Das ist ganz bestimmt kalt. Das ist die Kisse auch noch zu groß. Im Original sind wir so viel Platz, wir hätten geschaffen. Dach 9, 36. 36 haben wir noch. Okay, wir müssen alles gerne hören. Allerwärm Teil 3 Schläuen Oh 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 Vielen Dank.